hallo hallo und herzlich willkommen zu einem video hier auf meinem kanal ich bin heute wieder zusammen mit leon der von folgen der von vorhin ist auch da und wir haben ein christ grüße gehen raus an dich und natürlich gehen grüße raus an leon und wir sind heute feuerwehr in noto framburg löschen brände und ich würde sagen let's go was geht was geht und heute mal nach den allgemeinen verkehrs regeln weil ich liebe das einfach das ist so realistisch für noto hamburg nicht so wie der da bitte falls es machen wollt es ist wirklich richtig cool keiner da habe ich auch geschaut fangen wir erstmal zu aros tanke davor sind wieder einsatzbereit natürlich kakafreuer ja sagt nur ja so halt leute sind nicht abdrängen abdrängen gibt es nicht ich muss leider eine frage an alle ja kassel euch stellen ich hasse es ich hasse diesen typen über alles kann nicht hab ne frau warte ich muss wer geht alles in die feuerwehr schreibt es in die kommentare genau würde mich interessieren ich rufe wirklich gleich die polizei herr er ist gespannt auf unsere antwort äh auf seine Antwort bitte schreibt es gerne in die Kommentare falls ihr fragt warum ich jetzt da Hütchen hin mache daran weil ich jetzt die Polizei rufe ein grauer Audi R8 blockiert die Feuerwehr es ist gesendet oh ein Einsatz haben wir beim Hofladen ich muss kurz nach hinten ah ich muss meine Dinger abholen wir müssen wie gehst du eigentlich in die Feuerwehr das kann ich dir gleich beantworten wo lang musst du jetzt eigentlich ich glaube ich fahre da lang ne ich fahre durch gewiss schon durch die Autobahn natürlich natürlich dürfte die Feuerwehr auch lohnen ok vielleicht gehen ja die anderen und die Feuerwehr bleibt immer hier auf der Seite würde würde uns interessieren genau er hat gut nachgedacht ich weiß nur kann nicht hab eine Frau bedeuten es ist nicht den ihr ernst oder es ist nicht was ist denn es ist nicht den ihr ernst oder es ist nicht was ist denn ist das an 123 block block juli lang xd aber warum war rum blockierst du hier die straße wir sind mit sirene haben hier ein einsatz und hier kommt keiner mehr durch muss alles absperren es ist unmöglich unmöglich bitte leute so so bitte nicht wahren das ist muss die und die andere Seite aussperren es muss leider so sein hier ist leider auch alles gesperrt wegen das muss ich jetzt mal den ADR zu rufen gibt es keinen gibt es keinen hey man hey man hey man dann viel Spaß ne ich glaub das schaffen wir nicht mehr ach leute da geht das video schon mal richtig los ich kann das ich nicht mehr oh mein gott ein youtuber es kann doch echt nicht wahr sein leute ich gebe euch nur einen tipp so bitte nicht fahren bitte ich mag sowas nicht vor allem nicht in meinen live oder so oder in meinen videos bitte fahrt einfach nicht so wenn ihr in meinen videos dabei sein wollt schreibt es in die kommentare wenn ihr beim live dabei sein wollt schreibt es auch in die kommentare dann adde ich euch ja ich adde euch dann und dann bitte so bitte so bitte dann nicht fahren in meinen live oder so und apropos mein live heute werde ich live sein 27 so ging 830 ungefähr ja es liegt irre auf der straße bitte in der nähe ach ne muss doch mein auto da hier irgendwie runterkriegen beide straßen sind leider gesperrt die autobahn ist gesperrt die autobahn ist gesperrt und die autobahn ist gesperrt ein teil davon nur diese straße ist frei das gibt es doch einfach nicht jedes mal dasselbe das ist unglaublich alles gut schon weit zum hafen vielleicht kriegen doch vielleicht krieg ich den doch noch runter also ja runter ne es tut mir leid beide autobahnen bleiben gesperrt was war eine eineinhalb ich brauche unbedingt Verstärkung ich habe das wenn ich etwas höre mein handy und ich gucke wie man schneidet Beide Ampel, okay. Weil ich weiß, mit Schneiden habe ich bessere Likes und Abos. Ich habe dieses Video eigentlich schon 12 Minuten und wir haben bis jetzt fast nichts gemacht. Was eine Schande. Ich versuche meine Videos zu schneiden. Wenn ich es nicht hinkriege, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber momentan fährt da keiner durch, weil die wissen, diese Autobahn ist gesperrt. Ich glaube, ich sollte es gerade machen. So, das ist auch gerade. So, passt es. Statt uns zu helfen. Nein. Er fällt vorbei. Oh mein Gott, Digga. Bitte, wir brauchen Hilfe. Die Autobahn ist gesperrt. Bitte hilf uns. Also mir am meisten. Die Autobahn ist gesperrt. Jetzt. Lass ihn nicht mehr langfahren. Eigentlich geht es ja nicht für alle. Für die ganze Autobahn. Deswegen mache ich diesen Teil weg. Aber das muss gesperrt werden. Weil, wenn hier ein Auto verkommt. Oh, die gehen nicht weg. Ich bin am Auto. Oh, endlich. Ja, danach ist eh das Video vorbei. Ich weiß, es ist voll langweilig. Ich kann auch sagen, es ist ein Video wird. Oh. Alles gut ist. Es war wirklich nicht seine Schuld. Es war die Schuld. Es war die Schuld. Von dem. Ich hab's geschafft. Oh. Mein. Gott. Die ganzen Autobahnen sind wieder frei. Oh mein Gott. Die ganzen Autobahnen sind wieder frei. Okay. Wir stellen das gleich hier hin. Also wir machen das Blaulicht aus. An ihr Anweis wie der See vorbei. Mal gucken, wie lange er braucht. Und da würde ich schon mal sagen, von meiner Sicht, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern. Oh man. Wenn ja, lasst gern. Like und Abo da. Dafür wird mich riesig unterstützen. Sorry, Leute. Okay. Ich würde sagen, das war's für den Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern. Like und Abo da. Dafür wird mich riesig unterstützen. Und wir sehen uns dann bei meinem Live. Ciao. 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 Und. Tus. 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 Tus.